hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft infinity underground ja es geht direkt weiter hier mit der aufnahme und wir wollen in den netter was heißt wollen ich will nicht aber es bleibt uns nichts anderes übrig weil wir nämlich nesser quarts brauchen ach du grüne fredermaus invasion hier so moment wie jetzt dabei mir ganz frei grad da bin ich ja entschuldigung für die kurze unterbrechung ich habe aber was vergessen mitzunehmen unser wichtigstes arbeitsgerät den jetpack weiter geht's lassen wir uns lassen wir uns nicht abhalten davon hallo fledermäuse die kommen alle von drüben ich habe noch was vergessen alter verwalter was ich was ich nicht im kopf habe ich im jetpack was ich nicht im kopf habe mann 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 so viel zur sachen vorbereitung ich würde sagen wir lassen das mal laufen solange wir drüben sind mal gucken ob das einfluss auf den netter nimmt ich weiß es nicht so die hier möchte ich mitnehmen zack sollte schalten wir an und gehen dann in netter mal gucken was passiert zwei minuten und noch nichts geschafft bloß immer zeug vergessen so die schalten wir an und jetzt ruckelt es ruckelt es ruckelt es ruckelt 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 und das können wir abschalten ja so du bist richtig nein ich muss nur noch umschalten insertieren kann der nie arbeiten wir gehen zu lange in netter mal gucken wie weiter ist bis wir zurück sind ja ich hoffe ich hoffe es funktioniert wenn jetzt müssen wir noch mal zurück ok läuft dann auf zum netter quarts fahren sondern fangen direkt hier an ach warum immer das passiert ich weiß es nicht so ich hoffe dass sich das dann auch bald erledigt hat wir werden uns dann im netter nur noch eine kleine skelettfarm aufbauen um die wissers köpfe zu fahren so holen wir uns das hier na komm her ja das werden wir jetzt die ganze folge über machen hier dass wir genügend haben was betreibt sich denn hier wieder rum so holen wir uns hier mal wie wie wir So, ein garstiger Gast, Seelensand. So, ein garstiger Gast, Seelensand. So, ein garstiger Gast. Alter, was war denn das? Die explodieren aber schnell, muss ich sagen. Die sind natürlich alle nicht begeistert, dass ich das hier mache. Frag mich, wo sich dieser garstige Garst wieder rumtreibt. Ich bin da unten. Da muss ich überall ganz schön gewütet, muss ich sagen. Aber das macht nichts, wir brauchen es. Da ist noch ein gutes Vorkommen. So holen wir uns das hier auch noch. Die Musik von Far Cry 3. Und ich betone noch mal, wir können es alle auf Far Cry New Dawn freuen. Wo natürlich hier dann auch erscheinen wird. Ich freue mich schon riesig drauf. So. Dann holen wir uns das da drüben mal. Oh oh. Hallo. Komm her. Wo bist du? Wo bist du mein Freund? Reg dich doch nicht so aus. Reg dich doch nicht so aus hier. Komm her bitte. Danke. Regt sich voll auf. Warum? Weiß ich auch nicht. So. Dann holen wir uns mal dieses Vorkommen hier noch. Ich muss hier immer wieder sortieren. So. Dann holen wir uns das hier. So. Euch zwei muss ich wahrscheinlich töten. Tut mir sehr leid, aber. Ihr findet es ja nicht gut, wenn ich das hier mache. Ne. Ah ne. Holen wir uns das hier. Das ist einfacher. Da. Siehste. Dann kommen wir zur gleichen Massen. So. Holen wir uns das hier. Da komm her. Mal was essen hier. So. Das machen wir mal. Ein Goldschwert. Da kommt noch ein Kollege. Komm her. Jetzt heißt es Husser. Auf gutes Gelingen. Komm her. Komm her. So. Was haben wir denn dort noch Schönes? Was ist das? Kobalt. Nehmen wir uns natürlich auch mal mit. Nehmen wir uns natürlich auch mal mit. Kobalt. 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 Ja. Wir müssen dann mal schauen. Wir haben ja auch einiges an Draconium bei uns auf Lager. was wir mit dem alles machen können. Aber jetzt ist erstmal hier unsere Energieversorgung wichtig. Wo ist eigentlich unser Portal? Da ist die Pumpe. Ja. 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 Komische Creeperteile hier. So. Holen wir uns das hier mal. Das ist hier. Lapislazu. Ne. Lass mal. So. Nein. 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 Okay. Verdammt. Oh Gott. Das habe ich nicht aufgepasst. Okay. Hm. Das heißt Rettungsaktion. Rettungsaktion im Neta. Wir schalten das mal kurz aus. Verdammig nochmal. Ey. Also es ist wirklich Leute das Jetpack ist das nächste was wir erweitern. Ach. Ach. Das dunkel hier ohne den Helm. Ach. Kriegt man ja richtig Angst. So. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir müssen hier erstmal. Ich komme nicht mal hier drüber gesprungen ey. So. Verdammt. Ich nochmal ey. Ich hoffe ich habe das Jetpack da drinnen. Ach. Ne. Echt jetzt? Warum habe ich das Jetpack nicht hier? Kackwurst ey. Also gut. Hilft alles? Nix. Ich habe hier kein Jetpack. Wir brauchen ein Jetpack. Mh. Bauen wir uns erstmal kurz das billigste Jetpack was wir haben. Jetpack. Ah. Hier. Das hier ist das billigste. Einmal. Da brauchen wir mal ein paar mehr. Eins. Zwei. Was fehlt? Mal. Ich will doch das hier. Wir brauchen bloß zwei. Da brauchen wir eins. Und dann haben wir hier das Jetpack. Okay. Dann brauchen wir ähm. Kies. Kies oder Erde oder irgendwas in der Art. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ähm. Wir nehmen mal Erde mit. So. Aufladen. So. Habe ich hier drinnen noch eine Spitzhacke? Das ist ja ärgerlich. Nein. Dann machen wir uns schnell eine. Machen wir schnell aus Eisen. Reicht ja. So. der wird aufgeladen sein. Der wird aufgeladen sein. Okay. Äh. So. Warte mal. Machen wir auf. Tauber. Tauber. Dann Rettungsaktion. Das Zeug lasse ich mir nicht hin gehen was da liegt. Unsere gute Rüstung. Pumpe. Pumpe. Da ist ein Zertot. gut. Am besten ist. Warte mal. Ich glaube. Am besten ist. Ich mache mir noch einen Engelsblock. Ja. 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 Einen Engelsblock brauchen wir noch. Oh, Sand, oh, the wind is cold, you must return to the right, 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 right. Norko, man. so dann haben wir alles ich lade noch mal auf weil da passt nicht viel rein und wir nehmen uns natürlich das mit so komm her wer hat doch gelacht wenn wir unser zeug nicht wieder kriegen oder egal wegen dem level aber ich will das andere zeug wieder haben ich will mich jetzt auch gar nicht mit jemandem hier anlegen bin ich mal gespannt ob wir das nicht kriegen hier wenn ich den ganzen zeh hier leer pumpe ok hier ist es verdammt ich sollte links kies dabei haben ok wie viel wir haben noch 52 prozent hier drin warten kurz auffüllen dann holen wir kies ja toll man jetzt werde ich aber langsam genervt so da ist unser portal und dann auf geht's holen wir uns kies und dort holen wir uns die pumpe und pumpen das alles weg aber ich glaube das machen wir in der nächsten folge ja das wird das beste sein ich fliege jetzt bloß noch mal zurück und in der nächsten folge holen wir unser zeug zurück naja die freuen sich alle uns zu sehen gut dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen ich begebe mich nach hause und dann werden wir das nächste mal mit kies rutschert einfach nur mit kies zurückgehen und holen unser zeug und werden wahrscheinlich auch alles abpumpen da so sieht es aus so also meine freunde bis zum ich hänge ich hänge ich hänge ich hänge bis zum nächsten mal tschau tschau